Und hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge von Farming Simulator Crazy Farmer. Ich werde mal gleich direkt mal das LU mal anrufen. Rufen wir mal das LU an. Hallo, hier ist Frank Dinkelmann. Ich habe ein... Ach, ist das der Patterson? Ja, genau. Ich helfe hier wieder aus. Ach, Sie helfen da schon wieder aus. Okay. Ich habe einen Auftrag. Mein Feld 56 müsste von Rüben befreit werden. Ja, das wäre kein Problem. Wenn Sie mir dann einen Anhänger hinstellen, einen großen, dann komme ich da jetzt direkt. Ich werde direkt als Abfahrer bei Ihnen sein. Ja, okay. Ist wunderbar. Dann komme ich jetzt los und dann... So ist das geplant. Wollen wir uns dann in den CW-Funk gleich wieder treffen? Ja, können wir machen. Okay. Dann bis dann. Ciao. Ja, bis gleich. Ciao. Oh, dann wird er wohl gleich da sein. Ich gehe mal in den CW-Funk rein. Na? Ja. Niemand in den CW-Funk? Ja. 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 Und was macht ihr heute alle? Ich werde auf dem Weg zu ihrem Feld. Ja, das weiß ich. Ich werde hier im Haus. Ich werde in den Förderbänder umgucken. Na, ich bin ein Köpeter mit Stroh. Wahnsinn. Felder spritzen. Haben wir gleich alles durch? Ich glaube schon. Oh Mann. Der Herr Korte, sind Sie denn schon... Ist Ihre Meiß-Zillage schon fertig? Ja. Darf ich mal Ihren Konstrukte... Ich bekomme mal eben kurz bei Ihnen vorbei, solange der... Ach du Schande, er ist ja schon da. Ja. Aber die Zeit habe ich glaube ich noch kurz, da eben vorbeizugucken. Na, wenn Sie vorsichtig vorbeikommen? Ich komme vorsichtig dann vorbei, ja. Schweres Gerät. Es gibt schwere Bauern. Was wollen Sie denn damit sagen? Keine Ahnung. Man munkelt. Was munkelt man? Nein, Herr Munkelmann. Was? Nee, Herr Dunkelmann. Nein, Dinkelmann. Dinkelmann ist hier ja. Okay. Das ist ja eine Konstruktion. Äh, yo. Da geht einiges rein, ne? Ähm, ja. Da freuen Sie sich ja schon auf die Null-U-Abrechnung, ne? Nee, ich will mich fragen, wenn die Zeit schneller laufen würde. Ja. 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 Dann fahr ich jetzt mal zum Rübenroder. Ich weiß ja nicht, wie schnell der ist, bis er voll ist. Ah, er hat 29%. Jetzt sind bei Ihnen 29%. Hm, jetzt 16.000 Liter. Okay, Sie sind einmal da oben schon entlang gefahren. Ja, da haben wir vorgewendet. Ja, aber hin und her. Das ist gut. Aber der Ding gibt ja Gas. Wie schnell fährt er denn? Ähm, sag ich ihm sofort. Da muss ich jetzt gerade eben kurz meinen GPS einfüllen. Äh, 15 Gramm ab. Wunderbar, damit ich neben Ihnen herfallen kann, wenn es passt. 50% voll, ey. Das werden einige Rüben. Ja. Ach so, Sie fahren jetzt erst mal ein komplettes Vorgewende? Ja, erst mal nur auf, nee, erst mal nur auf beide Seiten. Damit ich vernünftig drehen kann, immer. Pfieh, passt bei mir nicht mehr rein. Ich glaube, ich fahre jetzt schon mal weg. Ja, dann durch. Ja, dann durch. Das war's für heute. Oh ja, Pettersson. Gott sei Dank habe ich ein Frontgewicht vorne dran. So, kleiner Fan, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Oh, jetzt wurde ich wieder mit 5 km zu viel geblitzt. Okay. 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 Oh, Vitis haut nochmal 10 Bits raus. Danke, Vitis. Damit du das Foto bezahlen kannst. Gut, dass das nicht in echt abgezogen wird. Dann wäre ich aber ganz schön wütend, ja? Dann würde ich nicht mehr zocken. Aber dann müsste ich aber auch das Geld, was ich hier ernte, aber auch echt kriegen. Dann würde ich es wiederum wieder spielen. Tag und Nacht. Oder, Jule? Ja. Ich glaube, dann wäre ich nur noch 24 Stunden hier im Game drin. Ich glaube, dann wärst du nicht der Einzigste. Die ganze Welt gibt nicht mehr Arbeit. Gaming gibt echtes Geld. WIIS! BIRK? WIIS! WIIS! Ja, ich glaube, ich bin voll. Das glaube ich auch. Obwohl, glaube ich, nicht nur das weiß ich. Und es ist noch nicht mal viel weg, ne? Mich stört es nicht. Ah, mein Lager ist Platz. Ah, mein Lager ist noch nicht so gut. Da ist ja immer müde. Ja. So, Herr Petersen, bin ich schon wieder auf dem Rückweg. Jo. Und ich lerne es nicht. Ja. 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 Ja, da kriegt die Stadt ganz viel Geld. Oh, Herr Dinkelmann hat wieder geerntet. Diese Blitzer sind im Moment sehr profitabel. Hätte wohl wieder eine Ernte. Ja. Schaut doch irgendwie so raus, ne? Ja. 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 Das kriegen wir hin. Und sehen die Rüben gut aus? Ja, doch. Also, so wie ich sehe. Ein wenig vor Unreinigung. Ja. Ich achte ja immer drauf, dass mein Fan immer was anderes wächst. Ja. 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 Wow. Ja. Ja. Oh. Ah! Und ich bin voll. Jo. Vier Bahnen und ich bin voll, ne? Boah. Mia, sollen wir zum Spielen noch kaufen? Felder sind ja gleich fähig. Ja, machen wir. Ein Feld, ja, und dann was ganz anderes noch. Okay, ja, mach ich. Nimm ich, nimm mal mit. Zum Spielen? Was meinen Sie denn, Familie Meier? Alles noch geheim. Haben Sie jetzt Schachspielende Schweine, oder? Nein, wir spielen auch Macker. Alles noch mal. Alles noch mal. Ah... ich weiß nicht wo er darauf hinarbeitet auf das feld 57 echt ja echt mein mann arbeitet auf feld 57 das kostet ein bisschen ja wie viel hast du noch mal in den anhäher rein 52.000 sie bis jetzt musst du stehen bleiben der ist auch sehr fix ich meine roda ist ziemlich fix kann am besten sowieso ende der bahn glaube ich eh direkt weg fahren wenn sie es bis dahin auch schaffen ja ja glaube ich nicht doch und wie viele haben sie 45.000 da geht ja noch die bahn werden ja immer kürzer okay Das war's für heute. 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 Das war's für heute.